Um Problemjugendliche geht es jetzt in unserem nächsten Bericht, die von Eltern, Schulen und Behörden als schwierig eingestuft werden, um diese Problemjugendliche wieder zurück ins Leben zu bringen. Das will man im Therapiezentrum Esperanza im Mostviertel in Niederösterreich. Das ist das erklärte Ziel. Mann, das sind zwölf Sozialarbeiter und Pädagogen, aber auch 70 Tiere. Ein privater Betrieb und ein neues Zuhause für zurzeit sieben Jugendliche. Esperanza, Spanisch für Hoffnung. Das steht groß im Innenhof dieses Vierkanters. Ein Ort der Hoffnung für Kinder und Jugendliche, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben können. Hier finden sie ein neues Zuhause, in einer Art Großfamilie. Und hier gibt es einiges zu tun. Na ja, es gehört gemacht. Es gehört gemacht. Eigentlich mag es der Küchendienst, aber es gehört, dass der Küchendienst nicht da ist. Macht es also Laura. Seit Oktober lebt die 16-Jährige hier. Schwierige Kindheit und dann auch meine Mama nicht mehr passt. Und hier scheint es nun zu passen. Ja. Mitverantwortlich dafür sind sie, die insgesamt 70 Tiere des Hofs. Und auch die haben, wie die Burschen und Mädchen selbst, eine Geschichte. Mir ist es auch ganz wichtig, jetzt nicht diese funktionierenden Therapietiere zu haben, sondern auch Tiere zu haben, die ihre Macken haben, wo wir uns einfach als Menschen einfühlen müssen, schauen müssen, was ist mit dem Tier, warum hat es jetzt gerade diese Ängste und warum reagiert es so drauf und einfach auch damit umgehen lernen. Und das ist das Gleiche, was ich mit mir lernen muss und was ich aber auch mit anderen Menschen lernen muss. Oskar, etwa ein ehemaliger Straßenhund, ist Fremden gegenüber ein bisschen skeptisch. Etwas, das der ein oder andere Jugendliche vielleicht auch ist. Oskar und die anderen Tiere hier. Sie ebnen uns jetzt einmal auch den Weg, dass die Kinder und Jugendlichen sich einfach wieder öffnen gegenüber uns Menschen. Bei Tieren fällt es den Kindern heute auch leichter, weil die ihnen auch nichts getan haben. Da gibt es keine Widerstände. So besonders dieser Vierkanter ist, das Leben soll möglichst normal ablaufen. Das ist mein Zimmer, da wohne ich seit einem Jahr drin. Warum bist du da? Weil ich damals gewisse Schwierigkeiten gehabt habe und ich einfach einen Platz brauchte, wo ich meine Ruhe finde und wo es einfach passt. Damals hat Mara mit Alkohol zu tun gehabt, oft auch mit der Polizei. Da war sie zwölf. Heute macht sie am Hof eine Ausbildung zur Tierpflegerin mit Matura. Später will sie vielleicht sogar studieren. Die Arbeit mit den Tieren gibt total viel her, weil sie ehrlich sind und die nie anlügen und so sind, wie sie sind. Und auch einfach der Abstand zu gewissen Dingen wie Freundeskreisen oder so. Einfach was ganz anderes, was Neues einfach. Und wo da auch meine Chance war, mein Leben neu anzufangen, weil es auch ziemlich gut funktioniert hat. Und das verdankt sie auch ihm, Wiebe. Er wäre übrigens zum Schlachter gekommen, wenn er hier kein neues Zuhause gefunden hätte. Wir sind uns ziemlich ähnlich in vielen Dingen. Harte, schale, weicher Kern. Und er rübst auch ziemlich viel. Das tue ich auch oft. Gell, Schatzi? Am Abend vor dem Schlafengehen ist sie oft noch hier, während Laura dann noch einmal zu ihren Schweinen schaut. Frieda und Ferdinand mit einem Betthupferl. Ferdinand, Schatzi. Ich habe gesagt, ich möchte welche Tiere haben, die mit Menschen, die wirklich was zu tun gehabt haben. Und sonst keiner interessiert. Die Kinder fahren jetzt nicht alle auf Pferde ab, sondern es hängt sehr davon ab, welche eigene Geschichte ich habe, welche eigene Persönlichkeit ich habe. Unterstützt wird die Arbeit mit den Tieren durch Musikabende, Theaterprojekte oder Wanderungen mit den Eseln. Wir suchen ja schon seit circa drei Jahren einen zweiten Hof hier in der Nähe, um da einfach auch ergänzend arbeiten zu können. Mit Jugendlichen, um die sich die Wohlfahrt nicht mehr kümmert, weil sie schon volljährig sind. Sie sollen dann Futtermittel für die Tiere anbauen oder die Wolle der Alpakas weiter verarbeiten. So zumindest der Plan, wenn das Geld reicht. Der Hof ist nämlich eine private Einrichtung. Das Team bekommt von den Ämtern Tagessätze für die Jugendlichen und ein Verein kümmert sich um Spenden. Würde ich auf alle Fälle sagen, dass es langfristig auch Erfolg hat. Nicht in allen Fällen. Es ist natürlich jetzt auch nicht die Wundertherapie mit Tieren. Es geht einfach immer auch darum, was mache ich mit den Erfahrungen. Was mache ich daraus? Das ist dann letztendlich auch immer die Entscheidung vom Menschen selbst. Es ist fast eine eigene Welt, weil eben sonst nichts da ist. Aber man fühlt sich komplett geborgen da. Das muss ich nicht sagen, brauche ich. Früher war alles chaotisch und so weiter. Und jetzt kann ich mich auf das verlassen. 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 Und dann 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 kann ich mich auf das verlassen. Vielen Dank.